Die ausgeht, die jetzt irgendwie, wenn du irgendwie in so einem Prozess drin bist, ne, der sich da eh nicht greift, ne, dann irgendwie eine Vorlaufzeit vor einem halben Jahr hat, ne, bis die mal sich um deine Sachen kümmert. Und alles, was du dann irgendwie vorher schon mit Rechtsstreitigkeiten hattest, ne, ist eh nicht in diesem halben Jahr versichert. Das ist einfach Risiko, man muss sagen. Und dich kauft dann auch echt keine Versicherung rein, ne, also wie kein Mensch. Es gibt einen Grundsatz meiner Versicherung. Man kauft nicht das brennende Haus, ja. Das ist, wenn du das weißt, ne, als Versicherungsnehmer, man kauft nicht das brennende Haus, ja, so, ja, ich hab jetzt irgendwie Probleme mit meinen Zähnen und will jetzt eine Zahnzusetzversicherung. Ja, aber das ist auch so.